Herr Christian, ich wollte euch jetzt mal fragen von der Fachzeit des Busfahrts aus, warum ist heute Berlin für euch gerichtet? Zum einen sind wir Berliner Busunternehmen und ich denke mal, also für mich persönlich, was ich hier verbreche, letztendlich von heute, ist gar nicht mal, also letztendlich sitzen wir seit acht Wochen alle zu Hause und warten auf irgendeine verlässliche Aussage und mir persönlich ist es eigentlich ganz egal, was für eine Aussage getroffen wird, ob wir was bekommen, ob wir noch Unterstützung kriegen oder eben nicht. Aber ich will eine Aussage haben oder ich brauche eine Aussage, damit ich kalkulieren kann. Wenn sie sagen nichts, dann kann ich mir ausrechnen, wie lange kann ich es noch schaffen, sag ich mal, und wann wird es eventuell wieder losgehen, die Erwartungen mit der Touristik. Mit jedem Tag, den ich den Betrieb weiter am Laufen halte, steigen ja die Kosten oder die Schulden, wie auch immer eben. Und ich brauche einfach für mich eine verlässliche Aussage von der Regierung und ich denke, es ist eine Zeit, dass man sich bemerkbar macht, Hallo, uns gibt es den. Der BDO, der ja heute nicht da ist, der RDA unter anderem auch, haben wir vor einiger Zeit mit der Regierung schon in Verhandlungen getreten, so 300 Euro pro Tag pro Bus am Tarnersatz sozusagen zu bekommen. Ist diese Summe für Sie realistisch? Ich finde, die ist angemessen, also reell berechnet, nicht übertrieben. Das ist das, was man an Kosten hat. Also Personal und das alles mit der Kurzarbeit, aber die Kosten bleiben ja da. Wenn der Bus steht, sag ich mal, kostet. Und es ist eine angemessene Summe aus meiner Sicht. Ist das auch jetzt für Sie ein Teil der Schatzersatzforderung, dass man auch vielleicht hinzufügt, noch die Mehrwertsteuer zu senken und verschiedene andere Instrumente in die Hand zu nehmen und diese wahnsinnigen Verluste wieder auszugleichen? Ich glaube, wenn grundsätzlich wir wieder fahren dürfen und Fahrgäste befördern dürfen, dann ist es einfach, es wird eine Zeit brauchen, bis wir wieder einen gewissen Stand erreichen. Die Leute werden nun nicht sagen, wir können jetzt wieder fahren und es geht ja dann auch darum, wie wird dieses Hygienekonzept umgesetzt, was jetzt so im Raum steht, mit Abstand mit einem Bus, sag ich mal. Ich kann keinen 49-sitzender Reisebus mit 14 Leuten wirtschaftlich bewegen. Und wenn ich diese Kosten auf die Fahrgäste schlussendlich umsetze, dann wird Busreisen wirklich teuer. Und dann ist die Frage, wie viel werden sich das leisten können? Das heißt, wieder um Umkehrschluss, die die Reise zahlen, würden zurückgehen. Und das wird dann ein Problem, sag ich mal. Wie man das dann handeln soll, muss man abwarten, was sich dann wirklich entwickelt konkret. Wir wünschen Ihnen heute viel Erfolg in Berlin und werden da voll dabei sein. Danke, danke. Danke.